So, da bin ich. Okay. Ja, tut mir leid, es ist ein bisschen später geworden. Das war definitiv nicht beabsichtigt. Ich bin Punkt 19 Uhr gerade erst wieder nach Hause reingekommen. Deswegen. So, da bin ich. Ich musste erstmal gerade ein bisschen was am PC hier ein bisschen ändern und so. Und boah, ist das Spiel wieder laut. Boah, ist schön, dass du laut. Was ist denn das? Am besten, ich lade einfach mal das Spiel. Gucken, ob das da auch so laut ist. Ist ja ohrenbezäubend. Ich höre nix. Ich höre mich selber kaum. Okay, ähm, du musst den Chat noch. Da, so. So, okay. Ja, moin, 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 Leute. Äh. Ach, das Spiel ist wieder zweimal auf. Moment mal, Moment. Ups, ups, ups. Warum ist das immer zweimal auf? Nein, das andere soll aus. Oh, so. Oh, so. Gott. Okay. Ist es hier jetzt auch an? Teufels kalt. Los, Hexer. Okay, so, jetzt hier. Boah, Gott. Okay, so. Hallo, Leute. Erstmal. Muss erst mal kommen. Hallo. So, dann können wir gleich mal loslegen. Ich sehe schon, es sind viele hier. Ich muss erst noch meinen Chat richtig einstellen, dass ich den auch sehen kann. So wie immer. Hm, so. Äh. Dö, 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 dö. Ihr seht Werbung. Okay. Das ist natürlich nicht beabsichtigt. So. Ich sehe, ne. Ich will ein bisschen mehr vom Chat sehen. Sag ich doch mal. Bis hier circa. Okay, so. Jetzt sehe ich den Chat. Wollte ich ihn noch mal hingelegt gestern? Da oben, ne? Ja, rechts da oben. Genau. Okay, ihr könnt alles sehen. Äh. So. Mhm. Das ist mein, das ist mein Spiegel. Ich gucke mal eben, ob mein alles andere laut ist irgendwie. Äh. Meine Soundkarte. Ne, das ist alles in Ordnung. Hm. Wutscher. Ist auch nicht lauter extra. Huch. Okay, so. Erstmal ankommen. Erstmal in Ruhe ankommen. Hier ist gerade gehetzt wie ein Blöder, um hier rechtzeitig anzukommen. Wirklich Punkt 19 Uhr bin ich erst in die Tür reingekommen, war ich war bis eben noch bei meinen Eltern. Nochmal gratis essen und so. Äh. Ja. Okay, da erstmal nochmal in aller Ruhe. Hallo Leute. Bin ich laut genug? Bin ich hell genug? Kann man mich erkennen? Ich seh grad. Hm. Schatten ist ja auch doof. Ist zwar ein bisschen hell für mich, wenn ich da hingucke, aber gucke ich einfach am besten nicht hin und schon geht das. Alles Besten ist. Hab ich noch nicht, aber zum Beispiel für, wenn ich ne Spende kriege, dann wird der Name von der Person während des Streams angezeigt und wie viel er gespendet hat und dann kann ich mich entsprechend direkt bedanken. Ja, und derjenige ist auch im Stream zu sehen. Ja, das, äh, natürlich, ich hab die Scheiße nicht erfunden, ne, das machen ganz viele, das machen ganz viele Streamer, aber ich dachte mal, ja, mach ich auch so. Finde ich irgendwie ganz witzig, so. Ich leider nicht. Ach, der Martha, es läuft schon wieder nicht, das ist ja doof. Das ist ja sehr doof. Wartet mal, irgendwas klappt noch nicht. Ich muss was testen, ob Donations funktionieren. Mal gucken, ob wir das alles sehen. Wir sehen's noch nicht. Moment. Szene ist da. Das richtige Fenster. Main Alert. So, jetzt nochmal einen Test. Jetzt sehen wir alles so, wie es soll. Okay. Okay. Immerhin. Also so würde das aussehen, wenn jemand, äh, ne Spende macht. Ähm. Natürlich würde er nicht Samron stehen, sondern natürlich der entsprechende Name. Nur das Grün hat mich gerade gestört, aber, ähm. Das muss ich beim nächsten Mal noch hinkriegen. Das wird schon. So. Ähm. So. Solide. Worauf bezogen? Weiß gar nicht. Lange nicht gehört. Areca Valon. Ah. Hi. Hm. Ähm. Okay. Ähm. Ja. Ich hab mich übrigens eigentlich noch gar nicht entschieden. Ich hab's jetzt auch spontan angemacht, weil das schneller ging. Ähm. The Witcher 2 oder Dark Souls? Ich weiß es nicht. Weil ich bin auch noch ein bisschen unentschlossen, wenn ich ehrlich bin. Ob ich dann Dark Souls, äh, einen neuen Charakter anfange. Ähm. Bin ich noch sehr, sehr unschlüssig. Diesmal, ähm, würde ich natürlich auch deutlich schneller sein. Äh. Natürlich zählt Dark Souls 2 sowieso als Spende. Nochmal danke dafür, ne? Dementsprechend, das wird auch noch gespielt. Keine Angst, das kommt noch im Stream. Sobald ich mit Dark Souls 1 fertig bin. Ähm. Ich hab letztens mal aus Spaß und Charakter angefangen an Dark Souls. Ist schon zwei Monate her. Ähm. Einen eigenen. Und hab bis dahin gespielt, ungefähr, wo ich schon war. Ich hab irgendwie drei Stunden gebraucht. Vier Stunden gebraucht oder so maximal. Also es ging auf jeden Fall deutlich schneller. Weil ich einfach anders gespielt hab. Weil ich da schon ein bisschen besser wusste, was mich erwartet und so. Und, äh, hatte, äh, hatte Gegenstandsglück, Dropglück. Und von daher, ähm, auch, ich kann On-Stream rauchen. Sorry, dass ich jetzt noch einkaufen muss, wegen mir. Äh, so. Wie wärst du sonst das Applausbild durch den Joker-Applaus aus Dark Knight zersetzen? Den hatte ich auch zuerst. Ähm, den hatte ich auch als Idee. Ähm. Das Problem ist nur, dass die GIF extrem scheiße ist. Weil im Hintergrund bewegt sich was und dann siehst du immer, wie das zurückspringt im Hintergrund. Ich find das unschön. Witcher weiter, sagt Takuno. Okay, ähm. Ist bis jetzt der Einzige, der was dazu sagt. Na ja. Äh, Moment. Wenn ich noch was hier einstellen. Äh, dü-dü-dü-dü. Dass ich den Chat etwas besser sehen kann. Da. So. So, jetzt ist auch mein, äh, noch ein Grund, warum ich bis eben gewartet habe, wirklich zu spielen. Ist, äh, ziemlich simpel. Und zwar, ich hab das eben noch ein Video verarbeitet. Ich dachte, es wär schneller fertig, aber es hat zweieinhalb Stunden gedauert und deswegen war es jetzt, jetzt gerade frisch fertig. Muss ich erstmal so Premiere ausmachen. Das kommt vielleicht ein bisschen schlecht bei so einem Stream. Ich will Alex töten. Na, danke. Okay, bis jetzt sind die meisten, ja, vier Leute sind auf jeden Fall bei, äh, sind für Witcher. Von daher, denke ich mal. Mensch, rauch auf, Alex, mach in Ruhe. Die Lunge dankt es dir auch so. Das stimmt. Ich muss für Witcher durch haben. Ist vollkommen richtig. Und letztes Mal haben wir dreieinhalb Stunden gespielt und gerade mal durch den Prolog gekommen. Von daher, hab ich ein bisschen was vor mir eigentlich. Sollte mich eigentlich mal etwas beeilen. Ähm, ich hab den, das Mikrofon ein bisschen lauter gedreht, weil ich immer ein bisschen weiter weg sitze als sonst. Weil sonst, wenn ich spiele, hab ich das Mikrofon direkt vor der Tastatur hier stehen. Deswegen. So. Jetzt ist die Kämpfe aus. Wir könnten das endlich mal spielen. Endlich weiterspielen. Papa Philipp, ist es egal. Okay, hallo, Reaver. Willkommen beim Streamen. Und keine Angst, ich erkenne den Namen wieder. So ist es nicht. Ähm, sitze ich überhaupt noch mittig? Halbwegs, ne? Ah, dieser, der Schatten nervt mich. So. Jetzt darf ich noch nicht mehr ins Licht gucken. Und schon geht das. Okay. Na dann. Hype für Borucha. So sieht's aus. Ähm. Ich hab das Gefühl, das Spiel ist schon wieder lauter als gestern. Komm endlich! Naja. Noch leiser kann ich es nicht machen, von daher. Schiff der Terminischen Spezialverbände. Wir warten. Ach stimmt, ich kann nicht rennen, ne? Ich bin ja, bin ich wieder, Och, jetzt ist der Chat wieder. Ah! Jetzt ist der Chat wieder direkt davor gewesen. So. Hm. Hm. Eigentlich bin ich nicht überlastet. Ah, ich glaube, er läuft so langsam, weil er auf dem Schiff ist, ne? Los, Hexer! Der Teufel, kalt. Los, Hexer! Njenni, njenni, njenni. Gestepptes Leder. Ist das was wert? Oh Gott, ist das schwer. Rüstung plus vier. Da ist Werner & Ross' Rüstung besser, sobald ich sie aufgerüstet habe, entsprechend. Ähm, die ist aber ein bisschen was wert. Nur 20 Leute, ist heute nicht Freitag? Ja. Aber, wer weiß, wer weiß. Ähm, vielleicht waren gestern viele dabei, die im Endeffekt gar keinen Bock auf, ähm, und wiederum Freitag, ne? Und es wird wärmer draußen. Auch wenn ich es heute ziemlich kalt fanden. Hast du noch den tollen Talisjahn? Wenn ja, hau rein. Welch ein Talisman? Talisman? Müsste unter Rüstung, wenn dann, sein, ne? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ähm... Das... Hä? Ich weiß grad, ey, nicht mehr. Ne, das Ding, was ich von deinen Quest bekommen habe, dieses Amulett, äh, was die Rüstung minus 10% macht, das werde ich bestimmt nicht benutzen. Das Pudding, Chen, sonst was, unsere Quoten da fehlen auch noch. Der, der Minus Rüstung macht, okay, ne, ne, danke. Ja, tut mir leid, der Martas, ähm, ich hab mich mal erkundigt, was ich bräuchte, wenn ich im Alliance Network, äh, im Netzwerk, wenn ich da Twitch-Partner werden will, da muss ich noch einiges schaffen. Da sollte ich mindestens 3000 Follower haben und durchschnittlich 300 Zuschauer. Ja. Dementsprechend, das zählt sich noch hin. Ahem. Ne ganz doofe Frage. Wann ist endlich Final Fantasy VII fertig? Das ist doch... Ach ja, ich bin überlastet. Wisst ihr was? Scheiß auf diese olle Rüstung. Oder auf die Sachen hier. Die wiegen alle so wenig. Lederjacke, 9 Orens, wiegt 16. Die wiegt 17, 12 wert. Also weg mit der... Ach, egal. Das sind so kleine Beträge von den Orens her, scheiß drauf. Hauptsache, ich bin nicht überlastet. So. Jetzt bin ich nicht mehr überlastet. Ähm... Alle Werbung machen für Alex, ja? Damit könnte ich leben. Sag ich nichts gegen. Spicey Giga, 9. Äh, hast doch nichts verpasst. Noch gar nichts. Hab gerade erst anders an. Ich muss erst ein bisschen runterkommen. Und ich muss mein Inventar noch leichter machen. Ich hab so viel Scheiße drin. Und ich werde gleich noch ganz viele, äh, Kräutern zu finden, bis ich einen Händler finde. Von daher... Alles... Am besten jetzt nach Gewicht ordnen. Geht das nochmal hier so, ne? Ja. Oh, das ganze Eisenerz ist mega... Sehr, sehr schwer. Nicht überraschend. Holzklötze hier. Das zum Beispiel. Weg. Nicht alle. Also die Hälfte. Okay. Im Wald muss es doch Pfade gehen. Kriegst du doch locker hin, sagst du. Wenn du deine Zuversicht so behältst, dann wird es ja wohl so stimmen, oder? Feja ist eine Lady. Ich lese schon. Hexer Silberschwert. Ah. Ich hab endlich einen Plan für die Waffe, die mir fehlt. Exzellent. Und ich hab sogar... Ne, das glaube ich Silbererz fehlt mir noch. Schade. Schade. So, Pudding. Äh. Ich sag schon Pudding. Alter, ist da grad stand. Bin total verwirrt noch. Erstmal klarkommen. Nein, ich brauch keine extra Holzklötze. Gerade hab ich weggeschmissen. Okay. Giga, nicht Pudding. Ja. Genau. Giga ist glaube ich angenehm. Und Feindfindersie 7, äh, die Tage. Es geht die Tage. Ich will es endlich aufnehmen. Ähm, vielleicht heute Abend, vielleicht morgen Abend. Bin noch nicht ganz sicher. Kommt auf jeden Fall noch. Danke der Marta. Es tut mir leid, dass der Stream nicht geht. Ich hab sogar schon die Bitrate runtergestellt auf 3000. Tut mir leid. Papa Philipp, ähm... Du kannst das machen. Ich kann niemanden da... Ich kann's nicht machen. Ist auch nicht meine Art. Sowas. Ich mag das eigentlich nicht. Aber wenn du dort Werbung für mich machen willst... Ich halte dich nicht auf. Ich hab's ja grad beantwortet, glaub ich, wie du meintest, ne? Die Feindfindersie 7-Frage. Na, wenn das nicht ein spitzurriger Elf ist. Das ist so übel. Zwei-Fach ausgezeichnet für Mut auf dem Schlachtfeld. Jorvet, gewöhnlicher Hurensohn. Beste Antwort. Ich hab so lange auf diese Begegnung gewartet. Pläne geschmiedet, Fallen gestellt. Und da taust du mir nichts, dir nichts in meinem Wald auf. Du hast dem Mörder meines Königs geholfen. König oder Bettler, wo ist der Unterschied? Nur ein Däune weniger. Richtig. Irgendwo. Bestimmt. Äh... Nieder mit den anderen. Oh, das war, das war das Zeitlimit. Wups. Ein Däune im Dienst der Scoia-Tel. Wups. Tief seid ihr gesunken. Gedungener Mörder, ja, so kann man ihn wohl nennen. Aber ganz gewiss nicht Däune. Hier geht es doch nicht um Rassenzugehörigkeit. Und ob das der Zankaffe ist? Wir haben spitze Ohren. Ihr Runde. Wir sind langlebig, aber nur wenig. Gut festgestellt. Ihr dagegen vermehrt euch massenhaft. Doch glücklicherweise krepiert ihr schnell. Jeder will beweisen, dass gerade seine Ohren die richtige Form haben. Darum dieser Rassenkrieg. Deswegen bekriegen sich Menschen und Elfen seit über vier Jahrhunderten. Wegen der Form ihrer Ohrmuscheln. Sehr genial. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Unter euch ist ein Königsmörder. Wir kommen seinetwegen. Dann haben wir einen Interessenkontakt. Und hallo Isalvi. Der Königsmörder steht unter meinem Schutz. Ich gebe ihn nicht heraus. Er gibt ihn natürlich nicht heraus. Wäre auch zu einfach gewesen. Stell dir doch mal vor. Robert sagt so, weißt du was? Das ist der Käsenarsch. Ja, hier ist er. Spiel vorbei. Awesome. Witcher 2. Best Game ever. 10 von 10 Punkte. Okay. Guten Durst. Danke, Papa. Äh, Papa Philipp. Ich nenne dich nicht Papa. Nee. Du bist einer dieser Greise in Jünglingsgestalt, die hinter gewählten Worten die Wahrheit zu verbergen versuchen. Die Wahrheit? Es geht nicht um Rassen oder Freiheit. Nicht einmal um Rache. Ihr seid hier, weil es euch irgendein Einflussreicher befohlen hat, von dem ihr einfach benutzt werdet. Vielleicht trägt er eine Krone oder einen Zauberstab. Vielleicht herrscht er über eine Gilde. Jep. Sicher ist, dass ihn eure Freiheit und eure Angelegenheiten irgend so wenig Schäden gerät. Oha. Vielen Dank, David Matter. Danke für die Spende. 4 Euro. Woohoo. Donation half. Sehr schön. Ich hoffe, es war im Stream zu sehen. Ich hoffe es. Ich habe es nicht überprüft. War es zu sehen? Ich hoffe doch. Hör auf zu schwapeln. Stopp! Schöne! Schöne! Schreibt auf jeden Fall, ob es im Stream zu sehen war. Weil ich will, dass es auf jeden Fall funktioniert. Ja, es war zu sehen. Gott sei Dank. Sehr cool. Noch eine. Woohoo. Donation half. Way. Woo. Vielen Dank. Vielen Dank. Geil. Haha. Du hättest die Bogenschützen verzaubern sollen. Ähm. Oh. Ich hatte es doppelt an. Daran lag es. Okay. Jetzt kommt der Ton nur einmal. Ja, vielen... Ähm. Moment. Vielen Dank für die beiden 4-Euro-Spenden. AW-Kavalon und... Ah, ich kann es schon wieder nicht mehr sehen. Das muss ich jetzt überprüfen. Ich will jetzt den Namen nochmal in Ruhe sagen. Weil ich finde, das sollte man auch würdigen, wenn jemand sowas tut. Das finde ich richtig kalt. David Mettern. Genau. Ich habe es schon mal gesagt, aber trotzdem. Sehr cool. Vielen Dank. Hüpp. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Nein. Hahaha. Wups. Ich habe irgendwas gedrückt und... Boom. Ah, okay. Äh, lassen wir das Schwert mal lieber. Also. Triss hat uns übrigens währenddessen, während des Domation-Hypes, ähm, hat sie uns gerettet durch ihr Zauber-Schild. Okay. Lässt du wohl die Boten von meinem Hintern? Hä? Was dachtest du denn, wer es ist? Hallo. Ich habe keinen Sack Kartoffeln und kein verdammter Elite-Solder. Loredos soll sterben! Loredos soll sterben? Okay. Holy shit, das sind ein paar viele. Wenigstens stelle ich mit der Hand auf einem reizenden Hintern, ja? Ist doch eine geile Sache. Oh, 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 oh. Ganz schnell. Das muss besser laufen. Äh. Bist du noch ganz? Ja, alles in Ordnung. Okay. Wie gut, dass du kein Mob bist, Jensen. Was ist los? Ich sehe nur deine Stiefen. Wo ist diese beschleunige Anlegestelle? Okay. Ja, Isal. Entweder später auf YouTube gucken oder mir treu bleiben und mitgucken. Mit gefangen und mitgehangen und so. Wartet. Blaue Bärgeschwert? Äh, überlastet. Aber ich glaube, dass... Nee, ist zu wenig wert. Nicht für den... Nicht für das Gewicht. Geralt, nun töte sie schon! Töte sie schon? Okay, okay. Ähm, momentan ist aber keiner da. Kann ich schon mal ein Schild geben? Ah, Arie! Ja, sehr cool! Den, ähm, Witcher 2 Key verballern. Also, ähm, quasi verlosen. Immer noch eine tolle Idee. Ich glaube, darauf komme ich nochmal zurück. Oh, ja. Darauf komme ich nochmal zurück. Vielen Dank für die Erinnerung. Voll vergessen. Oh! Das war wohl nix. Höh! Wenn es darum geht, Isal. Es sind immer Streams. Jederzeit. Von tausend größeren. Da gehen kann ich nicht ändern. Schwäche? Darum konnte ich den Hexer auch überraschen, als ich Vultest tötete. Keine Sorge, Elf. Ich kenne Geralt. Besonders seine Schwäche. Schwäche? Hm. Hallo, Laser. Und er kennt uns. So viel Zauberei auf einmal kann einen kalt machen. Hast du das gesehen? Ja, der Königsmörder bei Jorvet. Seid ihr lebendig? Wer seid ihr? Ich bin ein Hexe. Ich bin Gewürzhändler. M hier, fahr, M reiß. Ah, ja. Ein Händler. Gewürzhändler. Genau. Aha. Und die? Guter Mann, wir sind gerade wundersam dem Tode entkommen. Sei so gut und sag uns, wo wir ausruhen können. Später erklären wir alles, was nötig ist. Also schön. Geht zum Marktplatz. Vielleicht kommt ihr gerade noch recht zur Exekution. Unruhestifter will man hängen. Zwerge und einen Barden. Schenke und Bordell gibt's auch. Perfekt. Perfekt. Das dürfen wir nicht versäumen. Gerade das Bordell liegt wohl. Schön, dass ihr das sagt. Gewürzhändler. Das kommt mir faul vor. Oh, es kommt ihm faul vor. Überraschend. Geht zur Hinrichtung auf dem Marktplatz. Das Ding ist, ab jetzt können wir uns auch etwas freier umsehen. Und ich glaube, jetzt habe ich schon zwei Levelaufstiege. Und ich habe immer noch kein einziges Talent verteilt. Ich habe schon vier Talentpunkte. Okay, die sollte ich mal endlich verzeihen, oder? Schläge aus allen Richtungen zu blocken. Ja, her damit. Pfeile umzulenken. Habe ich damals nicht gebraucht, wenn ich ehrlich bin, als ich das Spiel damals zurückgespielt habe. Aber ich spiele jetzt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, wie gut das dort ist, das Talent. Energie Regeneration im Kampf. Plus 10%. Eigentlich ziemlich geil. Schaltet die Fähigkeit freigestellt. Schadensreduktion beim Block mit maximaler Energie 100%. Klare Sache, das. Im Kampf, glaube ich. Ja, das auf jeden Fall. Ab wann kann ich nochmal... Schema noch gesperrt, okay. Okay. Energie plus 1. Ja. Das ist ziemlich geil. Mehr Punkte hatte ich nicht, oder? Ne, gut. Schade. Ah, das hier kann ich schon mutieren. Da kann ich schon mutagene reinstecken. Leider habe ich sowas nicht. Noch nicht. Davon würde ich auch noch mehr als genug kriegen, von daher... Sei still bei ihm. Sei selber still. Okay. Redezeit doch den ganzen Tag nur. Aber ich glaube, wir sollten erstmal einen Händler finden, bei dem wir Sachen verticken können. Du hier? Ich glaube, ich muss erst zur Exekution und dann kann ich mich in der Stadt erst so richtig umgucken, oder? Wo bist du denn? Oh, brauche ich nochmal eine Pfeife. Auch gut. Mit Missgeburten rede ich nicht. Warte. Hau ab, sonst rufe ich die Wachen. Arschloch. Das war zu erwarten. Aber das mag ich an der The Witcher-Welt, wenn ich ehrlich bin. Ähm, diese ganze Rassenkonflikte und so. Super cool dargestellt. Und, ähm, da kann man auch so sehr meckern. Es ist einfach so. In der normalen Welt ist es doch auch so. Es gibt noch genug Gegenden auf der Welt in jedem Land. Sei es nun Deutschland oder Amerika. Oder... Pol. Egal wo. Überall, da gibt es noch Rassenkonflikte. Und überall werden Leute wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft... ...beschissen behandelt. Ganz simpel gesagt. Der Eintorfer müsste fertig sein. Warum redet ihr vom... ...David, Carlo Koks und Nutten... Oh Mann. Carlo Koks Nutten 3 kam noch letztens raus. Da gibt es einen geilen Zusammenschnitt von, äh... ...von dem Album mit dem letzten neuen Flair-Album. Dadurch wirkt es wie ein echtes Carlo Koks Nutten. Das ist ziemlich witzig gemacht. Äh, okay. Ich glaube, wir gehen da am besten erstmal zur Exekution. Dann haben wir das hinter uns. Und dann kann ich in Ruhe was verkaufen... ...und dann die Stadt von vorne bis hinten durchlaufen. Wie ich es immer mache, ne? Alex... Da wird der Alex aber sehr politisch und philosophisch. Ähm, politisch bin ich meistens... ...es... ...wenn es halt passt, ne? Muss einen Grund geben, dass ich drauf komme. Aber an sich... ...ich würde mich jetzt sehr politisch beschreiben. Soltan. Rittersporn. Mein Informant. Na prächtig. Und der Plan? Improvisieren. Keine Toten. Okay. Wir versuchen es. Wir machen das schon. Geraid! Geraid! Hierher! Hilfe! Wie hast du das schon wieder geschafft, Rittersporn? Immer wieder. Finde heraus, wie du Rittersporn und Soltan retten kannst. Soltan. Rittersporn. Ihr schafft es einfach immer wieder. Okay, reden wir mal mit ihm hier. Lump, du. Du bist selber ein Lump. Was bist du denn? Du, Weißhaut. Zurück da. Können die auch mal normal reden? Geh mir aus dem Weg. Ich kenne die beiden und sehe mir nicht mit an, wie man sie hängt. Drauf gepisst, wen du kennst. Das Gesetz will, dass sie baumeln. Also halt's Maul, sonst leistest du ihnen Gesellschaft. Ich stoff dir gleich das Maul. Das kehrt mich einen Scheiß, du Töten. So muss das. Riech die Exekution ab. Aufsehen. Hüte deine Zunge, du Wechselbalk, oder du wirst sie los. Du weißt dich zu schlagen, wie man hört, aber gegen eine Garnison kommst du nicht an. Das ist doch der berühmte Geralt von Riva, der Hexer und Magier. Hier befiehlt der wohlgeborene Kommandant Laredo. Wohlgeborene. Dreckswort. Schert euch weg, ihr Vogelscheuchen. Oder ich lasse euch mal richtig durchwalken. Du Schande für deine Uniform, mickriger Drecksack. Was? Männer, zu mir. Gab denen das Feld. Okay, los geht's. Versuch's doch, Halunke. Wirst es bitter bereuen. Du hast es so gewollt. Auf sieh! Na dann, geht's mal dick auf die Schnauze, würde ich mal sagen. Ah, es war zu langsam. Okay, okay. Das war viel zu langsam. D. Ja. Schlag eins. Schlag zwei. Aha. Ich bin immer bereit. Komm her, komm her. Komm her, komm her. Komm her. Ja. Genau, genau. Ah. Na, wer labert jetzt noch? Tuh. Du musst mir sagen, wir es nochmal draufspucken, so ganz eklig. Okay, jetzt haben wir den Dreckswächter. Ich find's cool, dass im Hintergrund Vernon auch am Prügeln ist, ne? Find ich schön realistisch. So. Ah, zu langsam. Ne, doch nicht. Bam. Das hat bestimmt mega weh. Ja. Wow, den hat er weggewirbelt. Okay. Ja. Hey, ich bin ein Mörder. Woo. Dem hau ich gerne auf die Schnauze. Auf jeden. Gib ihm richtig. Tolle Packung. Ah, ah, ah. Genau. Ja. So. Das Mittelalter hatte keine Vorzüge. Außer du magst es, dass die Straßen nach Scheiße riechen. Und Pisse. Das Mittelalter ist nur romantisiert. Cool. Normalerweise. Fuck, das war uncool. Entweder bist du an Krankheit gestorben oder an Krieg. Obwohl, Krieg weniger. Kriegstote gab's ganz weniger Mittelalter. Sehr, sehr wenig. Was zum Teufel hier los ist. Das ist wohl Lohredo. Ich melde gehorsamst. Geh, 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 geh. Geh mir aus den Augen, Kleepler. Kleepler? Ihr könnt nicht mal ein paar lausige Banditen aufhängen. Und du, halt still. Hände weg von der Waffe. Ah ja. Auf diesem Schafott wird entweder geredet oder gerichtet. Was ziehst du vor? Du hast kein Recht, sie zu hängen. Interessant. Denn das Gesetz in Flotsam bin ich. Da bin ich anderer Meinung. Werner Rosch, Offizier des Königs. So, so. Blaue Streifen. Die berühmten Anderling-Jäger. Derselbe. Jeder unter Kollaborationsverdacht mit den Scoia-Tel unterliegt meiner Jurisdiktion. Uuuuuh. Nicht schlecht. Was wirft man ihm vor? Abfackel meines Wachtwurms. Was sagt eure Jurisdiktion denn dazu? Als ob. Das dachte ich mir. Ist das wahr? Könnte so ausgesehen haben. War aber nicht meine Schuld. Was? Hier ließ ich einen Dieb frei. Ganz ruhig. Nur ein Scherz. Okay. Ich hasse Diebe. Es kann noch ein Diktakel geben. Blutig und gar nicht lustig, weißt du? Oder? Wir können uns hier irgendwie einigen. Okay. Das heißt. Gib mir einen Moment, Hexer. Hört her. Viele haben sicher schon von den Gerüchten gehört, die bei der Belagerung der Burg der Lavalettes durchgesickert sind. Jep. Leider sind sie wahr. König Volkest ist tot. Jep.